Wasser ist unser Lebenselixier und das meine ich wortwörtlich, denn ohne Wasser könnten wir nicht überleben. Vielleicht maximal drei bis vier Tage, aber dann ist wirklich Schicht im Schacht. Ich erkläre dir in dem heutigen Video, warum Wasser so wichtig für deinen Körper ist und wie du es schaffst, mehr zu trinken. Der durchschnittliche Wassergehalt im menschlichen Körper liegt ungefähr bei 65 Prozent. Das heißt, bei einem 70 Kilo schweren Mann sind das ungefähr 45 Liter. Eine ganz schöne Menge. Dieser Gesamtwassergehalt kann aber variieren und hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Männer haben ein Wassergehalt von ungefähr 50 bis 60 Prozent, Frauen sogar etwas weniger, weil wir mehr Fettgewebe haben. Und Babys können sogar ein Wassergehalt von bis zu 78 Prozent haben. Und unser Gehirn besteht sogar aus 80 Prozent Wasser, weshalb es so besonders empfindlich ist. Aber welche Rolle spielt Wasser jetzt eigentlich in unserem Körper und was ist die Funktion? Wasser spielt eine essentielle Rolle bei unserem Stoffwechsel. Das heißt, bei allen Prozessen, wo etwas hin- oder wegtransportiert wird. Zum Beispiel der Transport von Sauerstoff oder auch Nährstoffe, aber auch der Abtransport von zum Beispiel Giftstoffen aus deinem Körper. Außerdem ist Wasser noch sehr wichtig für die Regulation von unserer Körpertemperatur. Ohne Wasser könnten wir nicht richtig schwitzen. Und auch für die Erneuerung von Zellen. Und noch viele weitere Funktionen. Was passiert aber nun, wenn wir nicht genug trinken und dem Körper nicht genug Wasser hinzufügen? Naja, ich glaube, wir kennen das alle. Wenn man mal den ganzen Tag irgendwie vergessen hat, was zu trinken, dann hat man meistens am Ende des Tages Kopfschmerzen und ein starkes Durstgefühl. Das sind so die ersten Symptome. Es kann auch sein, dass du vielleicht Schwindel bekommst, wenn du nicht genug getrunken hast. Und gerade bei älteren Leuten kann das so ein richtiger Problem werden. Denn Schwindel endet oft in Stürzen. Und gerade im hohen Alter ist so ein Sturz echt nicht ohne. Wenn man dann ins Krankenhaus kommt und sich vielleicht sogar was gebrochen hat, kann das Böse enden. Wenn du nicht genug getrunken hast, kann es zum Beispiel auch sein, dass du Konzentrationsschwierigkeiten bekommst. Und dich nicht mehr richtig fokussieren kannst und einfach so ein bisschen neben der Spur bist. Und wenn du längere Zeit zu wenig trinkst, dann kann es auch zu Verdauungsproblemen kommen, wie zum Beispiel Verstopfungen. Wenn man zu wenig getrunken hat und zu wenig Wasser im Körper hat, dann spricht man auch von einer Dehydration. Und das wird dazu, dass sich die Fließgeschwindigkeit von deinem Blut reduziert. Und daraus resultiert, dass zum Beispiel Giftstoffe nicht mehr richtig abtransportiert werden können. Eine starke Dehydration führt außerdem auch zu einem Delir. Das ist wie so eine Art Verwirrtheitszustand. Und wenn dies häufiger vorkommt, dann kann es sogar zu einer späteren Demenz kommen. Und davon sind häufig ältere Menschen betroffen. Denn diese vergessen vielleicht häufiger mal was zu trinken oder nehmen vielleicht sogar noch Medikamente für ihren Blutdruck. Zum Beispiel sogenannte Diuretika, die den Körper zusätzlich auch noch entwässern. Und nicht nur die Menschen, die Diuretika einnehmen, verlieren über den Tag Wasser. Auch wir gesunden Menschen verlieren zum Beispiel sehr viel Wasser über die Verdunstung. Das heißt, alleine über deinen Atem verlierst du Wasser oder auch natürlich über deinen Schweiß. Und genauso verlierst du auch relativ viel Wasser, natürlich beim Urinieren, aber auch bei deinem Stuhlgang, was man vielleicht gar nicht unbedingt denkt. Und dementsprechend müssen wir natürlich tagtäglich unserem Körper wieder dieses wertvolle Wasser hinzufügen. Ich habe mich jetzt gefragt, wie viel muss ich denn jetzt eigentlich am Tag trinken, damit alle meine Stoffwechselprozesse reibungslos funktionieren. Und da dachte ich mir, da kann ich mich doch eigentlich bestimmt auf mein Durstgefühl verlassen. Nein, dem ist nicht so, denn man muss bedenken, dass im Alltag oft durch Ablenkung dieses Durstgefühl überdeckt wird. Und man muss auch sagen, dass wenn man einen Durst verspürt, es tatsächlich schon oft zu spät ist und man vielleicht sogar schon eine leichte Dehydration hat. Die empfohlene tägliche Trinkmenge, die variiert etwas. Es gibt ja diese Faustformel, so 2 bis 3 Liter am Tag. Das ist auch ganz gut, daran kann man sich richten. Oder auch die Rechnung, dass man 30 bis 35 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht trinkt. Und das wären bei mir ungefähr 2 Liter, also passt ganz gut in diese Faustformel. Bei meinem Freund hingegen, der über 2 Meter groß ist, sind es schon 3,5 Liter. Also der braucht deutlich mehr Wasser als ich. Und dann kommt es natürlich auch so ein bisschen auf deinen Lebensstil an. Wenn du jetzt zum Beispiel sehr viel Sport machst und dementsprechend auch mehr schwitzt, solltest du deutlich mehr trinken. Genauso ist das natürlich auch bei so heißen Temperaturen wie zur Zeit. Da solltest du auch deutlich mehr trinken als im Winter. Und wenn du zum Beispiel viel Gemüse in deinen Ernährungsplan integrierst, dann brauchst du nicht ganz so viel trinken, denn das Gemüse enthält ja auch Wasser. Ich habe hier noch eine Statistik gefunden, die von 2017 ist, wo über 1000 Leute befragt wurden, wie viel sie so täglich trinken. Und da sieht man, dass die meisten, also wirklich über die Hälfte, tatsächlich nur 1 bis unter 2 Liter täglich trinken. Aber an dieser Stelle möchte ich dich auch warnen, du solltest jetzt nicht literweise Wasser in dich reinpumpen, sondern ein bisschen vorsichtig sein. Zu viel Wasser kann auch dazu führen, dass deine Salze ausgeschwemmt werden. Und dann müsstest du auch ins Krankenhaus. Also damit ist auch nicht zu spaßen. Du solltest jetzt nicht täglich 6-7 Liter Wasser trinken. Um zu prüfen, ob du wirklich genug trinkst, könntest du dir zum Beispiel mal dein Urin anschauen. Man sagt immer, so eine helle Zitronenlimonade ist ein ganz guter Vergleich. Also dein Urin sollte nicht viel dunkler als das sein, denn das ist ein Zeichen dafür, dass du den Tag zu wenig getrunken hast. Und dann gibt es noch diesen altbekannten Hautfaltentest, bei dem du einfach mal an deiner Hand im Bereich der Knöchel deine Haut so ein bisschen anhebst und guckst, ob diese Falte stehen bleibt. Wenn das der Fall ist, solltest du auf jeden Fall mal ein großes Glas Wasser trinken. Und ein weiterer Tipp, um sicher zu gehen, ob du wirklich genug trinkst, ist ein Trinktagebuch. Und da trägst du wirklich mal über ein paar Tage ein, wie viel Gläser Wasser du tagtäglich trinkst. Und notier da ruhig mal alles. Also auch mal deinen Kaffee, deinen Tee, deine Softgetränke, wenn du die trinkst, alles mal aufschreiben. Denn zum Beispiel Kaffee und Alkohol sollte man eigentlich nicht in den Wasserkonsum mit reinzählen. Die Gefahr ist nämlich wirklich, dass man sich eigentlich ziemlich sicher ist, ja, ich trinke bestimmt genug. Aber wenn man das mal aufschreibt und wirklich notiert, dann stellt man vielleicht fest, ups, das war ja doch nur ein Liter am Tag. Bei Koffein und Alkohol geht man davon aus, dass sie diuretisch wirken. Wir erinnern uns an die Medikamente vorhin. Das bedeutet, dass diese Getränke entwässernd wirken. Deine Niere produziert dann mehr Urin und wir verlieren aber dementsprechend auch mehr Wasser. Ich kann dir auch nur von Softgetränken abraten. Sie enthalten ultra viel Zucker und dementsprechend sind sie auf jeden Fall nicht gut für deine Zähne und auch nicht für deine Hüfte. Denn da sind einfach so viele versteckte Kalorien. Das beste und gesündeste Getränk ist und bleibt Wasser. Und wenn du kein Fan von klassischem Kranwasser, also Leitungswasser bist oder auch Sprudel, dann probier doch mal Infused Water. Hier gibst du zum Beispiel Früchte oder auch Gemüse, wie zum Beispiel eine Gurke in dein Wasser. Und peppst du mit dein Getränk einfach ein bisschen auf und hast ein wenig Geschmack, ohne dass du jetzt großartig Kalorien hinzufügst. Und nicht nur, dass das Wasser wirklich richtig lecker schmeckt. Ich finde, das macht auch optisch echt was her. Besonders im Sommer bin ich auch ein großer Fan von kaltem Tee. Aktuell trinke ich super gerne den Sommertee von Bitterliebe, denn da sind viele erfrischende Kräuter enthalten. Und ich habe den mir heute noch ein bisschen aufgepeppt, indem ich noch Eiswürfel dazugegeben habe und auch ein wenig Limette für die Säure. Und mein letzter Tipp an dieser Stelle ist, dass du über den Tag verteilt genug trinkst. Es bringt nämlich wirklich nicht so viel, wenn du den ganzen Tag vergisst zu trinken und dir dann erst am Abend deine zwei Liter Wasser auf X reinpumpst. Wenn du Trinken häufig vergisst, dann stell dir vielleicht doch mal einen Handy-Timer. So kannst du sicher gehen, dass du vielleicht jede Stunde ein Glas Wasser zu dir nimmst. Wir sind am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls du noch andere Tipps hast zum Thema Trinken, dann lass es uns gerne in den Kommentaren wissen. Ich werde mich jetzt mit meinem Infused Water auf den Balkon setzen in die Sonne und meinen Feierabend genießen. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend und ich hoffe, dass wir uns vielleicht nächste Woche hier im Bitterland wiedersehen. Mach's gut, dein Lisa.